Video ist scheiße geworden, das lösche ich hier aber noch. So, Infos zu meinem Zweitkanal. Ja, ich werde da mehr Feuerwehrvideos hochladen, weil auf dem anderen Kanal, also auf meinem ersten Kanal, den ich seit 2011 habe, läuft es nicht so gut und deshalb möchte ich versuchen mit dem Kanal, den verlinke ich nochmal in den Info-Ox. Ja, da werden zum Beispiel Sachen kommen, wie Autos, also jetzt von der Feuerwehr, vielleicht noch, ja, was ich bald habe, also, ja, also, wir haben basierend den Stundendienst, ich weiß nicht, ob ihn von euch jemand kennt, also ein Dienst, wo man in den Berufsfeuerwehrtag, also rein schnuppern kann. Das ist aber nur für Jugendfeuerwehr. Das finde ich gut. Aber okay, nochmal sich mal wechseln, ja, ähm, ja, Zeitkanal, in der Info-Box, und wenn ihr schon mal drauf seid, und, ja, dann könnt ihr auch gleich ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Und, ja, und ihr könnt natürlich ein Follow auf Instagram lassen, ihr könnt, ähm, ja, ihr könnt auch von mir auf, auf, äh, auf Skype mich adden, also, Skype-Name und Instagram-Namen steht nochmal in der Info-Box. Und, ja, wie ich es sagen, Leute, lasst ein Abo da auf meinen anderen Kanälen, also auf meinem Freikanal, ein Follow auf Instagram und eine Kontaktansfrage auf Skype. Wenn ich es mal sagen, dann sehen wir uns bei Skype oder bei Instagram, ne? så bien, ciao! Bis zum nächsten Mal.